Musik Verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier auf dem Landsitz von Miss Sophie. Den Namen dieses alten Geschlechtes verschweigen wir aus Gründen der Deskription. Miss Sophie hat ihre vier besten Freunde zu einem Geburtstagsdiener eingeladen. Und ich möchte Ihnen jetzt die Tischfolge bekannt geben. Dort wird Miss Sophie sitzen, hier Sir Toby, hier Admiral von Schneider, dort Mr. Pomeroy und dort Mr. Winterbottom. Äh, meine Damen und Herren, es ergibt sich dabei leider eine kleine Schwierigkeit. Miss Sophie ist nicht mehr die allerjüngste. Wir feiern heute ihren 90. Geburtstag. Und sie hat ihre vier besten Freunde längst überlebt. Den letzten hat sie vor 25 Jahren beerdigt. Dennoch will Miss Sophie auf dieses Geburtstagsdiener nicht verzichten. Und da die Herren aus verständlichen Gründen nicht persönlich erscheinen können, werden sie durch ihren Butler James vertreten. Das ist alle die Jahre recht gut gegangen und es wird auch heute wieder gut gehen, denn der Ablauf dieses Dinner for One ist seit Jahren genau gleich. Das ist alle die Jahre recht gut gegangen. Das ist alle die Jahre recht gut gegangen. Vielen Dank. Ah, good evening, Miss Sophie. Good evening. Good evening, James. You're looking very well this evening, Miss Sophie. Well, I'm feeling very much better. Thank you, James. Good, good, good. Well, I must say that everything looks very nice. Thank you very much, Miss Sophie. Thank you. Is everybody here? Indeed they are, yes, yes. They're all here for your anniversary, Miss Sophie, yes. All five places laid out. All laid out as usual. Sir Toby. Sir Toby, yes. He's sitting here this year, Miss Sophie. Admiral von Schneider. Admiral von Schneider is sitting here, Miss Sophie. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy. Mr. Pomeroy, I've put round here for you. And my very dear friend, Mr. Winterbottom. On your right, as you requested, Miss Sophie. Thank you, James. You may now serve the soup. The soup. Thank you very much, Miss Sophie. Thank you. They're all waiting for you. I'll have some. A little drop of Mulligatoni soup, Miss Sophie. I'm particularly fond of Mulligatoni soup, James. Yes, I know you are, Miss Sophie. I think we'll have sherry with the soup. Sherry with the soup, yes. Oh, by the way, the same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James. The same procedure as every year, James, yes, Miss. Is that a dry sherry, James? Uh, yes, a very dry sherry, Miss Sophie. Very dry. Straight out of the cellar this morning, Miss Sophie. Yes, it's, 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 it's a very dry sherry. So, you know, I'm in a real world conference. Thank you. Sertofi. Cheerio, Miss Sophie. Cheerio, Miss Sophie. Admiral von Schneider. Must I say this year, Miss Sophie? Just to please me, James. Just to please you. Very good, yes. Skull. Mr. Fungeroy. Happy New Year, Sophie. And dear Mr. Winterbottom. Well, here we are again, all love, Mr. May and thee. Lots of pleasure, though. You may now serve the fish. Fish? Very good, Miss Sophie. But did you enjoy the soup? Delicious, James. Thank goodness, Sophie. I love you enjoyed it. No. A little bit of North Sea haddock, Miss Sophie. I think we'll have white wine with the fish. White wine with the fish? The same procedure as last year, Miss Sophie? The same procedure as every year, James. Yes. I think we'll show you. I think we'll do better. No. Alright. No. Vielen Dank. Vielen Dank. Sir Toby. Cheerio, Sophie Miguel. Admiral von Schneider. Oh, must I, Miss Sophie? James, please. Scull. Scull. Mr. Pomeroy? Happy New Year, Sophie, back to you. Mr. Winterbottom? Mr. Well, here we are again, I'll look at you in my lap, that's what I'm going to look younger than ever, love. Younger than ever!